Mittelmeer Mittelmeer geht natürlich auch nur mit Leuten, die auch von dort kommen. Und wir haben einen echten, wie wir Schlagzeuge sagen, Facharzt. Hier einen Superspezialisten. Ronny Barak aus Beirut, Libanon. Und er spielt auf diesem Instrument hier, auf der Tarabuka, Dinge. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Als wir bei KSF Planet das gesehen haben wir uns gedacht, wir haben eigentlich gedacht, wir sind gute Schlagzeuge. Aber wenn man das sieht, da kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Wir haben dann alle mit unseren Handys draufgehalten, haben versucht es zu kopieren und werden in den nächsten Monaten zuhause sitzen und versuchen irgendwas, was der Ronny hier macht, auch mal selbst ausprobieren zu können. Jetzt, meine Damen und Herren, live und exklusiv hier bei Klick Klack Ronny Barak aus Beirut. Ich habe angefangen, mit drei Jahren die Tarabuka zu spielen. Ich habe es mir selber beigebracht, nach Gehör. Ja, bei Beirut. Ja, bei Beirut. Ja, bei Beirut. Ja, bei Beirut. Untertitelung. BR 2018 Applaus